Jo meine Lieben, was geht ab Moneymaker am Start hier. Erstmal gehen Grüße raus hier an meine Brüderis. Sascha und Winnie. Dann natürlich an den Fettsack. Und dann die ganze andere Bande. Ich hab jetzt mal hier drei Kisten gedacht. Wir werden bei Magic Mirror mal 50 Cent anfangen. Gucken wir mal, ob die Scheiße hier was bringt. Oder ob wir auf das Maul kriegen. So, schlag mal kurz durch, dann abfährt. So Leute, alles durchgeladen hier. Ich mach den Scheiß mal an. Schau wir mal. Ja Leute, nicht vergessen, ihr wisst ja ganz genau. Ich saue euch immer wieder. Verbrannt euch nicht den Hintern mit der Zockerei. Zockung ist einfach asozial. Man spielt am besten gar nicht. Oder wenn dann nur im Maßen, wo ihr sagt, gut, dort kann ich werplempern. Aber das sag ich eigentlich immer wieder. Im Endeffekt müsst ihr das ja selber wissen. Ich bin nicht euer Vater oder was. Aber trotzdem. Passt einfach nur auf euren Arsch auf. Nichts. 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 Wenn dann runter mies. Draußen auch voll der Hitzelfläche. Ich hatte heute ein bisschen Bock so ein bisschen zu spielen, ich dachte, komm, mach so ein Video draus, warum nicht? Wie gesagt, Leute, ihr wisst ja selber, jeder denkt immer, nur weil ich jeden Tag ein Video veröffentliche fast, dass ich jeden Tag in der Halle werde, also auf gar keinen Fall, hab ich gar keinen Bock drauf auf die Scheiße. Ja, ist auch wieder ein schöner Tortentanz hier. Kommt auf jeden Fall Freude auf, sich hier wieder 20 Minuten hinzusetzen, wie so ein Spasti und die Scheiße aufzuladen. Ich schlade den jetzt nochmal auf hier und versuche schön zu drücken. Ich kümmer den mal bis diese 300er Scheiße da hochpeitschen. Was ist das für eine Kiste hier, der ist ja toter als eine Leiche, das gibt es doch gar nicht mehr. Ja. Cheiße. Ich kümmer den mal. Ich kümmer den mal. Ja. Da. Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann. Okay. Kurz an die Kistenleine gehen. Aufspiele. Spiele. Zwei vollbenannten Spiele. Gucken wir mal. We moeten zoveel langer nemen. Route aanvangen. Route 10. Route 11. Route 10. Route 11. Route 11. Wir brauchen eine Chance auf Verlängerung, mann. Wunderschöne Spiele, wie immer, kennen wir doch. Wunderschöne Spiele, wie immer, kennen wir doch die Zeit. Wunderschöne Spiele, wie immer, kennen wir doch. Das war's für heute. Das ist immer so ein Generv, dieses Hin- und Herlaufen, das kotzt mich so an. Das könnte sein, nächste Chance sitzt. Rutsch sagt, nächste Chance sitzt Leute. Voll am hüpfen da, blödes Schwein. Jetzt brauchen wir ein paar Verlängerungen. Wir kommen jetzt mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Das war's. Ein Schrott. Ganz vergessen, Mann. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Chance will ich mal sehen, dann glaube ich, spiele ich ein bisschen Triple Chans, vielleicht kann man den mal hochballern, ja. Boah, setz mich mal hin, ja. Boah, setz mich mal hin. Guck, ich wollte nur die Chance sehen, sage ich doch. Jetzt mal mit Ansage, jetzt mal mit Ansage Frauen, vier Stück. Um drei Verlängerungen, Minimum. Keine hohe Katastrophen, naja. Keine hohe Katastrophen, naja. Ich habe fünf Bücher jetzt hier, gönne mal. Ich kann es noch zufrieden sein mit den drei. Ähnlich eine Chance auf Retrigger. Geil, der ist doch zum Kotzen, Mann. Klar, nehmen wir AG, wir wollen die Niete doch sehen jetzt. Ich hätte gedacht, wir geben die Niete jetzt. Komm, der kommt jetzt direkt nochmal schnell hintereinander. Erste Chance. Erste Chance. So, ich buche nochmal da hinten. Okay. So, für immer noch ein paar Minütchen hier und mal schlecht einen neuen Part da drüben mit Dämonie vor, dass wir da hochdrücken können. Gucken wir uns den Trick mal an hier. So, für immer noch ein paar Minütchen. Was ist das für ein Dreck? Okay. Hat ein Witz. So, für immer noch ein Witz. So, für immer noch ein Witz. Das sieht nicht gut aus hier. Ist doch die Messe gelesen. Oh. Daumenköpfe. Daumenöpfe. 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 So Leute, Maschinenpart jetzt auch mal zu. Geht schon lange genug. Ich werde jetzt gleich mal einen neuen Part anfangen. In diesem Sinne. So. Bis gleich mal eine Out rein.